Kleiner... Kleiner Fuzzi. Da kann Skelett locker den niedermachen. Gut. Payday ist was Feines. Holt mal die Truppen hier ab. Ich möchte paar Skelette noch. 13 Skelette habe ich schon. Jetzt kommen auch mehr Mistressen. Ich bräuchte irgendeine, die gut ist. Das ist wohl Mangelware, wie es scheint. Noch. Weil die Guten werden ja nicht von meinen Imps weg transportiert. Die werden ja liegen lassen zum Sterben. Ach Gott, kann man nicht mal ausruhen hier. Ach dann hier. Wir spielen mit denen. Ups. Ja. 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 Das sollen sie auch. Das ist der Sinn dahinter. Ja. Ja. Ach, da ist ja noch einer drin. Ja. 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 Ja, da kam schon. Ja. 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 Ich brauche schon bald einen größeren Kerker. Oh, was war das? Das ist eine Geheimtür. Okay, die brauchen wir dann später. Das ist dann erst schon Phase 3. Jetzt aber erst mal hier. Ich habe einen Troll zu viel. Meine Trainingskümmer ist schon fast zu klein. Tempel. Gein Geld. Die Trainingskümmer brauchen eine größere Trainingskümmer. Oh, hier liegt aber einiges rum. Finde ich gut, dass die Helden mir eine kleine Spende mitbringen. Da ist anscheinend eine Geheimtür. Ja, da hinten ist anscheinend ein Gang. Der wird noch wichtig werden, weil durch den kommen wir zum König hin. Ich glaube, das ist einiges. Ich glaube, das ist einiges. Ich glaube, das ist einiges. Friedhof. 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 Oh, hier ist eigentlich Platz für den Friedhof. Gold. Genau. Gold war mein letztes Problem. Hier haben wir Gold. Gold ist. 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 Guter Kampf. Alle zurück, Wünchen fahren. Neue Energie tanken. Und die Impsung wieder hier arbeiten. Ja, das ist blöd. Das sollte nicht machen. Zum Beispiel hier den Salamander. Das war nicht der Salamander. Nein, der Salamander ist tot. Mein Level 5 Salamander. Die Impsung sind zu blöd. Die priorisieren hier das. Müsste von der KI hier immer wegtragen von Einheiten Priorität bekommen. Meiner Meinung nach. Friedhof. Genau, da können dann die Leichen hintransportiert werden. Geheimtür. Da wird einer hingemacht. Da kommt schon wieder der nächste Stoßtrupp. Man hat hier keine Ruhe. Ein kleines Training für die bloß. Mehr ist das nicht. Blöd, dass bloß da die Einheiten ein bisschen zu langsam sind. Weil die wollen schon wieder weg. Easy going. Jetzt wieder alle zur Hühnchenfarm, damit sie machen können, was sie wollen. Wobei, ich sollte sie gleich auf den Trainingsgrund transportieren. Dann können sie zur Not Hühnchen holen oder einfach trainieren. Das wäre mal angebracht. Einen Impf will ich mal hier haben. Nein, du sollst hier keinen transportieren. Das ist zwar jetzt mal angenehm, dass du das machen willst, aber heute mal nicht. Ich will jetzt hier erkunden. Okay, und ich schleife dabei den vor mir herum. Da ist noch ein weiteres Portal. Das kann ich brauchen. Die kommen von irgendwo hierher. Ah, von da. Vermute ich mal. Ah, ich schleife. Eine Leiche herum. Was gibt's hier? Uh. Uh. Okay. Gefährlich. Ich komme nicht weiter. Da muss ich eine Hexe nehmen. Okay. Okay, dann habe ich ein bisschen mehr Einblick. Hier ist ein Portal. Das kann ich ja brauchen. Es ist Payday. Naja, damit komme ich klar. Payday. Von dort oben kommen die hässlichen Viecher immer. Und hier ist anscheinend das Schloss des Bösen. Oder gut. Je nachdem, wie man es sehen will. Tempel habe ich noch nicht. Immer noch nicht. Sagen wir es mal so. So, recht teuer. Und hier muss eine Tür hin. Die können eigentlich mal hier gescheit trainieren. Hier gibt es mehr Gold. Das ist gut. Das ist sogar recht sehr gut. Salamander sind zwar auf Wasser langsam, aber ich möchte da die Lava auch noch erkunden. Da sieht man, und ich renne schon. Im Wasser sind sie ziemlich lahm. Da wollte ich noch das. Also, ich habe das andere Porteil geschlossen. Ich habe das andere Porteil geschlossen. Was? Was war hier? Was war hier? Edelsteine. Und Riesen. Eine Armada von Riesen. Aber da war Edelsteine vorkommen. Aber da war Edelsteine vorkommen. Ah, ich habe eine Firefly. Die Waffe in den Kombatpüten ist vorbei. Okay. Das Gebiet des Königs wurde auch erkundet. Combat pit is over. Level 4. Das taugt. So, Dalle. So. Du, Firefly, was will ich mit dir? Ja, werde zu Leiche. Du auch. Da taugen sie wenigstens, um Vampiren zu locken. Da ist ein Geheimgang. Ich befürchte, vielleicht führt er hier irgendwo... Mal schauen. Den werde ich auch erkunden. Aber jetzt kümmere ich mich... Oh, da kommt schon wieder eine Truppe. Hm. Ich will nämlich da hin. Unbegrenztes Gold. Und Riesen, die ich bekehren kann. Das ist zu geil. Dann muss ich noch die da trainieren. Apropos trainieren. Ich könnte... Ich schließe aber noch nicht an mit Land. Ich werde bloß hier so haben, dass ich die früher angreifen kann. Level 6 Edition. Respect. Your sight of evil spell has been upgraded. Deepest respect. To everyone. Ich könnte zwar einfach durchbuddeln, aber... Dann müsste ich hier einen neuen Eingang aufmachen. Und das möchte ich nicht. Den müsste man nämlich verteidigen. Stattdessen habe ich mir nämlich vorgenommen. Hier ein Verteidigungsgebiet aufzumachen. Einziger Zugang zu mir... ...wird stark verteidigt. Mit Fallen. Komm. Ihr seid so langsam. Und wenn ich mich recht erinnere, da könnte doch auch was sein, oder? Ich baue mal hier weiter. Schauen wir mal. Oh? Irgendwas? Oh. Nur ein Zickzackweg. Na ja, schauen wir mal durch. Du musst halt hinlaufen, das ist das Problem. Nicht, dass wir keines vorhanden müssen. Eigentlich kann ich aus euch gleich Leichen machen. Für den Friedhof. Big Monster, big Preise. Ich liebe es. Huh? What? WTF? Big Monster sind big Preise. So, okay. Akzeptiere ich. Ach Mist, was ist denn hier los? Ein Dieb. Ein Dieb. Oh, noch ein Dieb. Sollte kein großes Problem sein. Überhaupt nicht. Diebe gegen Mistress. Da ist der Sieg ganz klar. Die Bälle in der Kampfpitz ist vorbei. Schon. Schon. Mist. Das ging zu schnell. Ein Bio-Dämon hat sich nicht glücklich geworden, weil es kein Läger ist. Deine Portale haben so viele Kreaturen, wie sie können. Der kam bestimmt aus dem neuen Portal und hatte halt den ewigen Weg. Dein Quartalarm-Spell hat geflogen. Teleport. Ein Vampire hat in deinem Kreaturen gesprungen. Da brauche ich eine Mistress, um mal zu öffnen. Klopf, klopf. Ist jemand zu Hause? Oh, da ist sogar jemand zu Hause. Diebe. Noch mehr Diebe. Oh, oh, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ein Gord. Aber alle Level 1 ist voll schwach, weil wir müssen bedenken. In der Festung haben wir schon gesehen, da sind die ganzen Level 10. Also wir brauchen schon eine ordentliche Truppe dafür. Ein Troll wurde unhappig, weil er keine Läger hat. Das könnt ihr euch doch alle selbst organisieren. Die Läers. Ich möchte noch nicht auf dieses Land, weil wenn ich auf dieses Land gehe, erst... Beziehungsweise erst wenn ich auf diese... Auf dieses Land gehe ich erst, wenn ich hier die Kanonen alle beseitigt habe. Und vielleicht sogar das. Wobei, das stört mich weniger. Die versorgen mich mit regelmäßigen Leichen. Und Gold. Es ist Payday. Es ist Payday. Gut. So, dort unten. Wie kann das... Ja, das kann auch beseitigt werden. Dann müsste eigentlich nur noch das oben fehlen. Kannst du eigentlich wieder in den Kampf. Genau. Engage in der Battle. In der Battle. Alle erledigt. Alle erledigt. Wunderbar. Oh, ich habe so viele Trolle und hässliche, hässliche Zauberer. Zauberer brauche ich jetzt ja überhaupt keine mehr. Trolle eigentlich auch nicht. Oder? Haben sie die Tür schon gemacht? Die Tür ist gemacht. Und das andere... Da hole ich mir erst noch die Riesen. Da hole ich mir erst noch die Riesen. Oh ja. Das ist gut. Die Vampire sollen trainieren. Ja, aufpassen. Die kämpfen ziemlich schnell. Level 7. Sehr gut. Wenn er Level 8 ist, habe ich jemanden, der für mich sich um die Ärgernisse kümmert. Die ich noch habe. Schön. Das ist gut. Vielen Dank.